In einem sind wir Deutschen besonders gut. Im Aussprechen von Warnungen und dem Benennen von Risiken. Das gilt ganz besonders für die Digitalisierung der Hochschullehre. Die Digitalisierung der Lehre ist aufwendig und Personal wie kostenintensiv, keine Frage. Verzichtet man allerdings auf eine vernünftige Digitalisierung im Sinne von digital-integrativen Lehrmodellen, wird man weiterhin unter den internationalen Schlusslichtern bleiben. Das kann niemand so wollen. Allerdings können wir die Qualität unserer digitalen Materialien durch Kooperation erheblich verbessern und die Hochschule als Ganzes von vielen ihrer Probleme entlasten. Ich sehe eher die Gefahr, dass im Rahmen von Budgetkürzungen die Lehre als Ganzes leiden wird. Es sei denn, Lehrexzellenz wird endlich signifikanter Bestandteil des eigenen Qualifizierungsportfolios. So wie derzeit die sogenannte Online-Lehre durchgeführt wird, ist es kein Wunder, dass viele abspringen. Das durch das Emergency Remote Teaching entstandene Zoom-Fatigue-Phänomen spricht Bände. Egal, welche Art von Lehre wir durchführen, Kernbestandteil wird immer eine gut organisierte Präsenzphase sein. Und je mehr wir uns von der Vermittlung von Wissensmengen aus der Präsenzlehre trennen, desto mehr können sich soziale Prozesse in der Präsenzphase entfalten. Und das kann bis zu einem gewissen Grad auch in einer synchronen virtuellen Präsenzphase stattfinden. From Sage on the Stage to Guide on the Side. Dieses Motto ist heute wichtiger denn je. Videos allein können gar nicht die neuen PDFs sein, weil ein Grundprinzip der digitalen, integrativen Lehre lautet Learning is not just video. Wir benötigen komplexe multimediale Lerneinheiten, um zum einen nicht nur verschiedene Lernertypen zu bedienen, sondern zum anderen auch, um das gesamte Potenzial digitaler Darstellungsformate zu entfalten. Eines der Hauptprobleme der Digitalisierung der Lehre in Deutschland ist die Ablehnung der Nutzung vorhandener digitaler Materialien, speziell von Lehrvideos. Man will einfach nicht. Die Gründe? Ich kann nur spekulieren. Entweder vorhandene Videos sind nachweislich zu schlecht, dann kann man sie getrost ablehnen. Möglicherweise sind es aber auch Ängste vor einem Reputationsverlust, weil, ja Sie hören richtig, die Videos zu gut sind und man konstatieren muss, dass man es selbst so wohl nicht hinbekommen hätte. Und schließlich ist da auch bei einigen eine generelle Ablehnung von Videos als Lehrmedium. Den Rollenwandel bekommt man nur durch ein neues, auf Kooperation ausgerichtetes Mindset hin und durch eine kleinschrittige Vorgehensweise, bei der man seinen Fachkollegen klarmacht, welch ungeheure Freiräume die Nutzung digitaler Materialien und insbesondere auch Fremdmaterialien, die man ja nicht selbst produzieren muss, ermöglichen. Die Digitalisierung meiner Lehre treibt mich seit Mitte der 1990er Jahre um. Meine Hauptmotivation war und ist, es gibt viele Bereiche und Themen, die ich nicht mehr frontal vor einer schweigenden Masse im Hörsaal Semester für Semester vortragen will, sondern die durch die immer besser werdenden digitalen Möglichkeiten im Selbststudium erworben werden können. Und diese Ansicht gilt für jedes Fach, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Die durch den Wegfall der Vermittlung von Wissensmengen im Hörsaal entstehenden Freiräume nutze ich seitdem für intensive Interaktionen mit den jeweiligen Kursteilnehmern. Denn der größte Gewinn der digital-integrativen Lehre ist die neue kollaborative und stark kompetenzorientierte Präsenzphase. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020